Und damit ein herzliches Willkommen zu einem neuen Assassin's Creed Shadows Video auf dem Kanal Zeuserix, der Kanal, der euch bezüglich AC auf dem Laufenden hält. Es freut mich auf jeden Fall, dass du eingeschaltet hast, wenn du bezüglich Assassin's Creed Shadows auf dem Laufenden gehalten werden möchtest und das ist dauerhaft, dann bleib auch gerne mit einem Abo am Start dabei. Assassin's Creed Shadows möchte jetzt schon vieles im Powerfeld besser machen, als Assassin's Creed Valhalla es zum Beispiel gemacht hat. Wird dabei aber kein komplett neues Spiel der Reihe, es wird alles nicht neu erfinden, sondern in den richtigen Schritten wohlmöglich verbessern. Assassin's Creed Shadows wird dabei von den beiden Teams entwickelt, die eben zuletzt an Assassin's Creed Syndicate gearbeitet haben, als aber eben auch an Assassin's Creed Odyssey. Odyssey war dabei ein gigantisch großes Spiel, es hatte sehr, 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 sehr große Map, es hatte sehr viele Möglichkeiten, auch die Möglichkeit eben auf dem Wasser zu sein. Und das hat, glaube ich, auch einen Großteil der Karte eben ausgemacht, wodurch sie letzten Endes halt so gigantisch groß erschienen ist. Assassin's Creed Shadows möchte dabei einen anderen Weg gehen und orientiert sich an der Größe so ein bisschen bei Assassin's Creed Origins. So geht es zumindest aus aktuellen Berichten hervor, dass Assassin's Creed Shadows nämlich in etwa so groß sein sollte wie Assassin's Creed Origins. Es nutzt auch gleichzeitig ein Feature, was es dann eben zuletzt in Assassin's Creed Syndicate der Fall war, nämlich das Feature, dass wir eben zwei Hauptprotagonisten im Spiel haben. Wir haben einmal Naoi, unsere Shinobi Assassinen, die haben wir auch sehr gut im Trailer gesehen, wie sie ihren Einsatz da hatte, mit den diversen neuen Features wie den Enterhaken und eben Yasuke, den Samurai. Yasuke ist dabei, wie wir im letzten Video geklärt haben, eine sehr historische Figur, aktuell ist das ganze Thema sehr umstritten, aber darum soll es heute gar nicht gehen. Yasuke ist dabei dann eben der Samurai und Naoi dann die Assassinen und beide dieser Hauptprotagonisten haben unterschiedliche Missionen im Spiel. Sowohl Naoi hat ihre Mission, als auch Yasuke hat seine Mission, dabei sind die Geschichten aber miteinander verworren und finden im späteren Spielverlauf immer weiter zueinander. In der Open World an sich sollen wir dann die Möglichkeit haben, uns selbst auszusuchen, mit wem wir dann die Open World gerade erkunden möchten, sei es jetzt mit der Assassinen oder mit dem Samurai. Da beide auch sehr unterschiedliche Kampfmechaniken und Kampftechniken nutzen, ist glaube ich ein guter Wechsel zwischen den beiden dann sehr angebracht. Da geht nochmal ein großes Dankeschön an Ubisoft raus, dass ich ihm die Möglichkeit habe, da so ausführlich drüber zu sprechen, da ich ein großes Gesamtpaket eben an Informationen bekommen habe mit diversen Screenshots, über die wir jetzt auch einmal sprechen können. Denn aus diesen ist auch sehr gut zu sehen, dass wir eben die vier Jahreszeiten in dieser Open World durchleben werden. Hier im ersten Screenshot ist sehr gut der Frühling zu sehen. Wir haben hier nochmal beide unsere Hauptprotagonisten, nämlich einmal Yasuke, unseren Samurai, der mit seinen zwei Schwertern hier steht und einmal Naoi, unsere Shinobi Assassine. Dabei können wir auch sehr gut die Rauchbomben sehen, die sie eben an ihrem Gürtel trägt. Wir sehen aber eben auch die versteckte Klingel, die sie hier hat. Im Hintergrund sehen wir dann einmal, dass es ungefähr der Frühling sein dürfte, da gerade das mit den Bäumen sehr schön aussieht, aber eben auf der linken Seite noch nicht alles komplett gewachsen ist. Und dann können wir auch schon zum nächsten Screenshot kommen. Und ich möchte nochmals erwähnen, dass die gezeigten Screenshots hier alle von Ubisoft stammen und gleichzeitig aber auch so ein bisschen die Ingame-Grafik der Spiels widerspiegeln. Natürlich kann auch hier im Photoshop Anwendung gefunden haben, aber es sind nämlich Screenshots aus dem Spiel, die aus dem Spiel heraus entstanden sind, was so ein bisschen den Ersteindruck vermitteln kann. Ein Absatz vom CGA-Trailer, der uns dann ja eigentlich nichts sagt, außer so ziemlich das, worum es geht, welche Protagonisten haben wir und welchen Setting findet das Ganze statt, aber grundlegend ja eben nicht die Ingame-Grafik widerspiegelt. Aber klar, wie gesagt, in Screenshots kann auch eben Photoshop Anwendung finden. Im nächsten Screenshot sehen wir dann einmal, wie Naoi hier auf einer Erhöhung halt steht, mit einem Wurfmesser in der Hand, der wahrscheinlich für den Mann auf der Brücke bestimmt ist. Hier sehen wir dann auch die Raytracing-Effekte, die bereits in Assassin's Creed Shadows dann zum Einsatz kommen. Allgemein die ganze Beleuchtung mit Fackeln und diverses Lichtspiel ist sehr stark verbessert worden und soll uns auch im Gameplay unterstützen. Also dementsprechend sieht man hier unten dann unterhalb der Brücke auch sehr gut die Raytracing-Effekte. Wir haben einen großen Tempel, es ist naheliegend vielleicht, dass es gerade aufgrund der starken Blühphase, die da zu sehen ist, dass es im Sommer der Fall ist, bloß eben bei Nacht. Und ja, es ist ein sehr toller Screenshot, muss ich sagen, sieht alles wirklich sehr gut aus. Im nächsten Screenshot sehen wir dann halt, dass sie auf einer Erhöhung steht und auch hier wieder haben wir einen großen Tempel. Aufgrund der orangefarbenen oder rötlich gefärbten Büschel gehe ich davon aus, dass das Ganze im Herbst halt stattfindet. Und in weiterer Ferne sehen wir auch nochmals im Tempel, ob das jetzt die Weitsicht im Spiel widerspiegelt oder nicht. Wie gesagt, auch das ist alles irgendwie veränderbar. Aber letzten Endes, es ist ein Screenshot und spiegelt schon so ein bisschen was wieder. Im nächsten Screenshot sehen wir dann Jaske, wie er da richtig jemanden auf die Eumel gibt. Und wir sehen im Hintergrund, dass es eben schneit. Also auch hier sehen wir, der Winter ist damit bestätigt und damit eben auch die Jahreszeiten bestätigt. Denn so ziemlich alle Screenshots offenbaren, dass sie in verschiedenen Jahreszeiten stattfinden. Dabei sehen wir auch eine große Zerstörung hinter Jaske. Und das ist ein großes Feature mit im Spiel. Wir haben die Möglichkeit nämlich im Spiel, unsere Umgebung zu nutzen. Diverse Zerstörungen, diverse Objekte können zerstört werden. Wir haben natürlich auch festgelegte Objekte wie Tempel und so weiter. Da gehe ich nicht davon aus, dass diese zerstört werden können. Aber wir können die Umgebung zu unserem Vorteil nutzen und somit schon deutlich mehr zerstören, als es bisher in der Reihe der Fall war. Dann habe ich noch weitere Informationen für euch zum Spiel. Und zwar habe ich mir da ein paar Notizen gemacht. Ich werde im Hintergrund Gameplay als auch ein Screenshot einblenden, damit ihr natürlich auch was zum Sehen habt. Zum einen ist es jetzt, Spieler können sich in Assassin's Creed Shadows nun hinlegen, um herumzuschleichen. Also es ist jetzt auch unmöglich, sich hinzulegen. Nicht mehr nur in der Hocke, sondern auch sich hinzulegen. Durch die Verbindung der Jahreszeiten ist es jetzt eben auch möglich, dass natürlich auch die einhergehenden Veränderungen, die so eine Jahreszeit mit sich bringt, auch im Spiel einen Einfluss haben. So ist zum Beispiel, dass im Sommer das Gras halt sehr hoch wächst und dementsprechend für uns als versteckt dient. Im Herbst wird das Ganze dann nicht der Fall sein. Das Gras ist nicht mehr so hoch und dementsprechend dient das Ganze nicht mehr als versteckt. Im Schnee zum Beispiel befinden wir uns dann im Winter und wir schleichen auf Gebäude umher. Runterfallen und unsere Position verraten. Das gleiche ist natürlich ein See, in den wir vorher reinspringen konnten und uns verstecken konnten. Der ist dann dementsprechend halt zugefroren und eben nicht da. Wir können uns wie gesagt im Schatten verstecken, um Feinde zu entkommen und auch gleichzeitig in Lichtquellen ausschalten. Also alles, was irgendwie da ist, um dann eben nicht entdeckt zu werden. Splinter Cell lässt hier sehr gut grüßen. Also Lichtquellen wie Laternen und so weiter, die dann halt zu sehen sind, die können wir dann im Aus machen, um natürlich nicht entdeckt zu werden. Dabei ist es halt eben auch weiter so, dass gerade die Beleuchtung, die ich angesprochen habe, sehr stark verbessert wurde. Allgemein ist ein volldynamisches Beleuchtungssystem am Werk, also Sonnenlicht, Fackeln, Laternen und so weiter. Alles, was im Spiel halt vorkommt, wurde dann dahingehend sehr stark verbessert. Das Team hat sich dahingehend sehr stark gemacht, die Zerstörbarkeit im Spiel anzupassen. So sind wirklich diverse Objekte eben zerstörbar, aber eben auch Zerschneidobjekte, die eingesetzt werden, wie zum Beispiel ein Messer oder, ich würde schon sagen eine Machete, Schwerthiebe und so weiter, Pfeilstiche. Die sind sehr realistisch am Körper der jeweiligen Menschen eben zu sehen. Jaskis Kampfstil ist eher auf dem direkten Frontalkampf ausgerichtet, also richtig haut drauf Action und gib ihn. Und mit Paraden und Zerschlagen von feindlichen Panzerplatten und Enthauptungsfinishern und so weiter. Wobei Naoi eher da sehr schleichend dabei ist, also sie ist ein sehr agiler Typ, der eher geht sehr bedacht vor zum Kämpfen. Der Interhaken kann dabei eben eingesetzt werden, um in der Umgebung halt sich fortzubewegen, kann aber eben auch eingesetzt werden gegen den Feinden. Also der ist halt da sehr universal einsetzbar. Und was habe ich hier dann noch? Genau, dann habe ich hier noch Erstell eines anpassbaren Verstecks, in dem du deine eigene Shinobi-Liga aufbauen und trainieren kannst. Neue Ausrüstung herstellen kannst, mit anderen Charakteren interagieren und Gestaltung, Dekoration und Accessoires deiner Basis ausbilden kannst. Also wir werden im Spiel unser eigenes Versteck halt haben. Und in diesem eigenen Versteck ist es uns dann eben möglich, dass wir dort halt Charaktere eben, die wir auf dem Spielverlauf halt treffen werden, können wir dort dann eben halt ausbilden. Das ist praktisch unsere eigene Shinobi-Liga, die wir halt haben. Wir können neue Ausrüstung herstellen, also dementsprechend wird wahrscheinlich eine Werkbank oder ähnliches vorhanden sein. Und eben ja, das Ganze auch dekorieren und so weiter. Wie das Ganze im fertigen Spiel halt aussieht, muss sich natürlich zeigen lassen. Aber ich denke mal, das Ganze ist sehr angelehnt an das Siedlungsfeature aus Assassin's Creed Valhalla. Es gibt dann eben riesige Burgen, die als wichtige Wahrzeichen der offenen Welt dienen und als Kerker und eigene große Level dabei fungieren. Bedeutet so eine Burg, die dort eingenommen wird mit dem Innenraum als auch dem Lager der Burg und so weiter, dem Keller. Das ist in sich schon alles sehr groß gehalten. Es sollte etwas offener sein, was die Art und Weise halt, wie man Ziele angeht, neu definiert. Man kann zum Beispiel Attentatsziele in beliebiger Reihenfolge eben angehen. Es gibt keine Synchronisationspunkte mehr im Spiel. Also es ist jetzt halt so, dass wir zum Beispiel große Ziele erklimmen können, wie das dann halt auch vorher der Fall war. Das wird hier wahrscheinlich bei den Tempeln und so der Fall sein dann. Das Ganze ist aber eben, sie dienen halt einfach nur als Aufsichtspunkt für uns, aber decken dann von der Karte halt jetzt nichts irgendwie weiter auf, sondern alles läuft ganz normal im Erdeckungsverfahren. Wir decken das von der Karte auf in den Gebieten, wo wir uns auch befinden, die wir gesehen haben und schreiten halt immer so weiter voran. Persönlich finde ich das eine sehr gute Sache und ja. Das sind so grundlegend die Punkte, die ich dann nochmals für euch zusammengesucht habe an Informationen bezüglich Assassin's Creed Shadows. Also ihr seht, hier ist der Input wirklich richtig groß und ihr kriegt hier wirklich gigantisch was mit. Ich bin da immer wieder sehr stark dabei, alles zusammenzusuchen. Wenn ihr bezüglich Assassin's Creed Shadows auf dem Laufenden gehalten werden wollt und da wirklich gar nichts mehr verpassen wollt und sagt, nee, also Assassin's Creed Shadows, das muss ich wissen. Ich muss wissen, was da passiert. Ich muss wissen, was es an neuen Informationen gibt und so weiter. Dann seid ihr hier genau richtig. Abonniert gerne den Kanal, gebt dem Video einen Daumen nach oben, wenn euch das Ganze gefällt. Und schreibt mir gerne mal in die Kommentare rein, wie steht ihr zu Assassin's Creed Shadows? Habt ihr da Bock drauf? Habt ihr da nicht Bock drauf? Sag es mir gerne in den Kommentaren. In diesem Sinne, vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Macht's gut, euer Zeus. .